Auf einmal klopft meine Mom an die Tür und ich so, Mom, komm nicht rein, ich hab noch Ejakulat am Ohr. Neulich hab ich so einen verlotterten Typen rumgetragen, da fängt plötzlich mein Rücken an zu jucken. Ich geh zum Doktor und es stellt sich raus, ich hab Scherpes. Ja, wir treffen uns dann hier, ich bleib hier.